Moin sinds YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Agrarian Skies. Wieder mit dabei haben wir den André. Moin. Der Enderman musste mal sterben. Wie hundert Meter hättest du die noch nicht zurücklaufen müssen? So, rein da. Ja, hab ich hier ein letztes Stück. Wir werden direkt sterben. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Ich seh dich nicht, ich seh dich nicht. Siehst du das Feuer? Ich bin jetzt direkt über dir. Nee, ich seh dich nicht. Geil. Warte ich, ich reconnecte mal eben. Das war jetzt ein Fehler. Nein, nicht Singleplayer, Multiplayer. Multiplayer. Ist auch ein englischer YouTuber. Ah, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Hi, was geht? Willst du den Enderperle mal darüber werfen? Ja, und dann wirst du daneben und landet unten in der Lava. Wir können ja fliegen, also ist ja egal. Ja, wenn du in der Lava spawnst, wir wegen der Enderperle. Nein, nein. Ich meine, jetzt soll ich hier hierher laufen. Ist egal. Achtung, hier ist noch ein bisschen eine Stufe, die fehlt, damit die nicht hier hochkommen können. Weißt du? Ah. Ich bin ja schlau. Oh, sieht das schön aus, das Nesserquartz. Hammergeil. Nicht das Nesserquartz abbauen. Böse. Ganz böse. Auf gar keinen Fall. Das brauchen wir nicht. Da ist Redstone. Das können wir mitnehmen. Das ist schön übrigens, aber egal. Okay, dann ist gut. Dann ist alles gut. Ähm, was war das? War ein Zombie-Pigman? Hast du den gehört? Nein. Was ist denn da oben? Ist das Adidas oder ist das, äh... Nesser Gold-Uhr? Schade. Okay, jetzt habe ich ihn auch gehört. Oh mein Gott, hier ist Adidas. Kannst du mal gucken, ob du das Adidas da oben abbauen kannst? Ich glaube, ich kann das nämlich nicht abbauen. Ja, kann ich. Bau mal ab. Das kann ich auch abbauen, lol. Na, ein bisschen schnell, ne? Ein wenig. Ich habe nichts abgebaut. Sehr geil, das ist mir schon noch ein bisschen Adidas. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Für Manyllium hinterher. Was ist das an hier? Dumpfuhl-Dum-Schwefel? Nimm mit. Brauchen wir auch immer, ne? Hm. Näh, Manyllium. Manyllium, ja. Näh. Sulfus ist selten, Mann. Das ist richtig dumm. Aber komm, egal. Lass einfach hier weitergehen. Weil da ist direkt... Links oben ist direkt ein Lohn-Roten... Äh, ein Lohn-Spawner. Ja, wie geil. Hast du hier schon mal was nicht eingebaut? Hm, dezent. Hier stirbt grad irgendwas. Was war nur ne Fledermaus? Ja. Ne brennende Fledermaus. Lohn. Lohn. Wie viel sind das? Zu viele. Hab eine. Raus da, raus da, raus da, raus da. Hier ist nix mehr. Außerdem war ich ne Lohn-Route. Ne, hab auch schon eine. Und ne Lohn-Roten-Kopf. Ne, ich nicht. Ja, du hast ja auch Flieber, der... Dementsprechend, äh, zum Köpfen geregnet ist. Ne, ich hab auch, ähm, dieses Kopf-Ding drauf. So. Äh, Beheading hab ich auch drauf. Alter, ich mach die zum Teil One-Hit. Ja, ja, wir machen die One-Hit. Ohne Scheiß. Also, ich mach die auf jeden Fall One-Hit immer. Wir warten, bis ich mich gespawne. Mal kurz was essen. Ja. War ich auch mal, ey. Ist auch noch früher so ein Nether. Direkt instant krepiert. Jetzt so blüpp, blüpp. Mhm. Ey, jetzt können wir fliegen. Jetzt ist das nicht mehr so wild. Ich hab auch Lifestyle auf mein Schwert bekommen, ne? Richtig geil. Und wir können sogar ne, äh, Blaze-Born-Affekt bei uns machen. Okay. Wir machen uns ne, äh, Diamond-Dolly. Nehmen uns den Spawner mit. Ja, stimmt. Ja, können wir echt machen, ey. Weil da würde ich aber eher auf, ähm, Enderman und so setzen. Ne. Den Spawner mitnehmen. Ja, klar. Aber ich mein, hinterher machen wir ne automatische Enderman-Farm. Auf jeden Fall. Ja, automatisch. Die, äh, dann machst du einfach Wasser. Und dann mit den Hopper. Weiß was. Ähm. Und dann verrecken die durch das Wasser automatisch. Warum spawnen die bitte so langsam, ey? Keine Ahnung. Weißt du, wie ich meine? Die verrecken durch das Wasser? Ja, ja. Du kannst da unten an der Kiste die Blaze-Sachen einsammeln. Dann eigentlich rechts gechillt. Wenn wir dann ein, zwei davon haben, ist doch gut. Hier ist ne... Oh mein Gott, hier war ne Rare. Ich seh nix mehr. Was? Ich hab von der Rare hab ich Inva-Boots gekriegt, ne? Lol. Mit Unbreaking, äh, zwei. Hm. Ja, wie geil. Oh mein Gott, vier Stück. Okay. Hm. Hm. Oh mein Gott, vier Stück. Okay. Einfach mal so drei Stück davon geklatscht, ey. Ist das da Kobalt? Packt das ja hier drin, ne? Wenn das es LARP ist. Nein, ich brenne nicht. Nein, nur nicht. Lol. Du backst dich grad durch den Zaun bei mir. F***. Irgendwas hab ich eingesammelt, aber keine Lohnrouten. Hm, zwei Köpfe hab ich schon. Ich auch. Ich kein Zombie-Pick, man. Hm. Der kann uns aber erstmal nix. Der ist irgendwo anders. Oh, eigentlich nur wegen Lohnrouten hier hinten, ne? Ja, aber echt. Das ist echt so. Können euch mal die Nether-Festung so ein bisschen durch Cabin gucken, was hier drin ist. So, ähm, was? Doch, doch. Wizzerskelette. Äh, für Wizzerköpfe. Hm. Das brauchen wir aber auch nur machen, wenn wir beide einen Cleaver haben. Mit Beheading. Damit sich das wirklich lohnt für uns beide. Ja, ja. Skill-Level-Master. Ja. Das tut mir so, ich muss jetzt auf K. Das ist vielleicht schlecht. Ich pack das hier unten auch alleine, aber lock dich am besten... Ne, lock dich nicht aus. Fliege einfach nach... Fliege... Fliege to home. Ich pack grad hier schon. Glaub ich. Wenn ich sterbe, ist es ja auch nicht... Wenn ich sterbe, ist es auch nicht schlimm. Nein. Nö. Du hast nichts Teures dabei. Das Zeug kann man sich wiederholen, das ist nicht das Thema. Ich hab immer neun Lohnrouten, ne? Ich hab acht. Wie, wie, wie... Wo sieht man eigentlich... Wo sieht man eigentlich, wie weit das Schwert sich leveln kann? Mit dem... Wie viel Modifier noch im Main-Ding sind? Ich mach's okay schon. Okay. Aber bis gleich. Ja, bis gleich. Na, Skill-Level-Master. Schade. Ja, los. Spawnt ihr Viecher. Spawnt. Spawnt. Okay, irgendwie lief das hier nicht so guten Blut ab. Okay, da oben ist er, glaub ich, ne... Ah, ne. Kein nasser Skelett. Oh, scheiße. Dumme Ideen anzugucken. Dumme Ideen anzugucken. Und da ist irgendwann noch ne Dingens. Wo ist der Zombie-Pic-Man? Ich seh ihn nicht. Ist noch ne Lohnroute. Eine Lohn, ne Lohre. Zum Beispiel bin ich irgendwie weg. Das ist ein Gewözer-Skelett. Guck ich auch mal an. Ein Gewözer-Skelett, du kannst mir gar nix. Gewözer-Skelett auch nicht. Gewözer-Kopf, nice. Einfach instant, ein Gewözer-Kopf gekriegt. Du hast noch einen Lohnrouten... Äh, einen Lohn-Spawner. Du Arschloch, kannst mir gar nix. Fick dich, Donner. Ich kann den Donner-Song nicht mehr. Nein! Oh, Bildungslücke. Ich kann den Donner-Song nicht mehr. Wie kann ich nur? Ich kann echt den Donner-Song nicht mehr. Wie schlimm ist das denn, bitte? Ich kann... Nee, das darf nicht wahr sein. Fick dich, Donner. Ah, ich komm nicht weiter. Bin ich dumm oder so? Ich bin dumm, glaub ich. Das ist ne richtige Bildungslücke, wenn die Donner-Song nicht mehr kann. Oh, hallo, Mr. Garst. Fick dich, Mr. Garst. Du kannst nicht mal, Mr. Garst. Aha, nur Müll drin. Aha, auch nur Müll drin. Oh nein, es leckt. Es leckt. Oh mein Gott. Gerade Standbild gehabt. Was zur Hölle? Standbild ist mega, mega uncool. Aha, aha, aha. Bisschen Pferderüstung. Pferderüstung ist bei diesem Modpack natürlich richtig wichtig. Sonst können es keine Pferde machen. Ah, ich geh noch sterben irgendwann durch den Husten. Ja, da ist noch ne Kiste. Hurray. Ich hab keine Ahnung mehr, wo der Ausgang ist. Nicht hurray. Oh, Eisen. Wow. Das ist so schön. Und hier ist jetzt auch wieder Ende, oder was? Schade drum. Ich würd ihr Arsch gerne mal da das Zeug abbauen, aber ich trau mich nicht so ganz. Was ist das da? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, scheiße. Das ist irgendwie eine Aura-Note oder so, ne? Die töd ich mal. Ja, nice. Ins Zeug gekriegt. Was hab ich gerade im Garde angegriffen? Wooser. Ja, du triffst mich eh nicht. Ich will euch dir einfach raus. Piers. Das ist eine Lore. Wie auch mal die da hinkommt. Oh, oh. Gegenheilen, gegenheilen, gegenheilen. So ein bisschen auf die Akkukapazität von dem Jetpack achten. Er spawnt einfach in mir. Ich glaub, ich spinne. Geht ja gar nicht hier. Kohle kann ich weglassen. Brauch ich nicht. Könnt mich hier so ein bisschen Soulcent eigentlich snacken, aber ich hab keine Schaufel dabei. Ich könnte auch mal nach diesem komischen Erz-Ausschau halten. Nether Ferris. Ferris? Nee, Ferris ist nicht das Richtige. Schade. Sulfur. Nether Ferris. Schade. Jetzt haben wir die Festung auch nochmal. Das ist gut. Nether Tin. Nether Lied. Aha. Das ist etwas Neues hier. Jetzt ist das Salz. Ja, geil. Das Salz brauchen wir auf keinen Fall. Gold? Nee, auch nicht. Ist das da vielleicht Kobalt? Kobalt? Kobalt! Nein, Kobalt! Oh, Mann. Nein, schon wieder ein Kobalt runter. Das ist nicht wahr, ey. Ich hab nicht zweimal Kobalt gefunden und dann fällt beides runter. So ein Müll, ey. Da ist noch mehr Kobalt in der Decke, aber es wird zu lange dauern, um den abzubauen, ne? So auf die Ewigkeiten. Ich hab ihn, glaub ich, nicht gekriegt, oder? Ah, ich weiß, warum ich die nicht... Ich bin voll, deswegen soll ich die Dinger nicht auf... Ich bin so intelligent. Ich bin so intelligent. Okay, gucken wir mal, ob hier vielleicht irgendwann nochmal ein schwarzes Skelett ist oder so wird. Was ist das hier? Iron Ore? Iron Ore, schade, nur Iron. Iron brauchen wir nicht. Oh, hallo, Imp. Tschüss, Imp. Du droppst uns irgendwas, irgendwas Schlechtes, ne? Eisen können wir hier lassen. Gold können wir hier lassen. Den Rest nehmen wir natürlich mit. Wichtig. Quarz. Quarz bauen wir auf gar keinen Fall ab. Von der Silberfische. Da werfen wir jetzt gerade gar keinen Bock drauf. Da steht ein Skelett ganz alleine. Hallo, Mr. Skelett. Stirbt, Mr. Skelett. Okay. Hier ist sonst nix mehr. Ist schon ganz geil, die Nasserfestung hier auf jeden Fall. Auch ein bisschen gefährlich und ein bisschen creepy. Okay, hier komme ich ja gerade her. Gucken wir nochmal hierher. Gold. Na stimmt, das hatten wir auch schon. Und wieder sterben. Sterben tut gut. Das hat hin. Du gehst weg, bitte. Du bist nämlich böse zu mir. Das weiß ich jetzt schon. Ich höre schon wieder Luhren. Nasser Iron. Okay. Da haben wir noch eine. Nasser Copper. Brauchen wir nicht. Ah, hier kommen wir her. Perfekt. Hier kommen wir her. Haha. Ich habe den Ursprung alles Daseins gefunden. Oh, ich muss dich hoch essen. Unbedingt. Wenn das gleich ein Fight oder so ist, dann nimmt das viel zu lange. Und hoch. Und hoch. Da waren gerade 10 Karotten einfach. Habt nix mehr zu essen dabei. Und ich muss echt ständig husten. Das regt mich so auf. Glaubt ihr gar nicht. Aber da kommen wir her. Genau. Hier sind wir jetzt. Okay. Interessant. Gab es hier im Nether nicht solche Sulfurwolken? Oh meine Gott. Nicht ernsthaft, oder? Nicht ernsthaft. Ah, da ist mir stehen geblieben, ne? Ja. Nehme ich doch mal gerne mit. Nein, 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 nein. Ich kann gar nichts aufnehmen. Och Mann, kacke. Ähm. Tschüss, goldene Pferderrüstung. Deswegen habe ich dieses Ploppen nicht gehört von dem Aufnehmen-Ding. Dann nehmen wir mal alles mit hier, was geht. Komm doch zu mir, nicht runter. Mein Gott. Nein, ist egal. Kommen halt nur die oberen Teile ab. Was soll's. Was soll's, was soll's. Das ist erstmal genug auch. Wird eh über ein Stack sein. Ja, ne. 33 sind das jetzt erst. Aber trotzdem. Sulfurklossen halt mega geil. Denn so können wir wenigstens an Sulfur kommen. Und müssen nicht dafür, ähm, Abbau-Level Adit haben. Ah, nicht Adit, sondern Abbau-Level Manilium. Ist ein bisschen heftig. Ein bisschen sehr heftig. Ja, dass ihr seht, wie wir verstehen. Was soll's. Braucht auch eh kein Schwein. Da haben wir noch Gold in der Wand. Hier haben wir die Festung, die wir gerade erobert haben, die ganze Zeit. Hallo, Mr. Loren. Hallo, wie geht's euch? Mr. Loren. Warum spawnt ihr nicht? Da. Oh nein, 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 nein. Oha, ey. Ein gewissert. Degen heilen. Trotzdem hat mir das Vieh einfach kein Leben gezogen, ey. Obwohl man einfach gewissert war, zieht es einem kein Leben. Nice. Irgendwas Besonderes gedroppt. Ne, ne? Den Kabel kann ich mal wegschmeißen. Das Redstone-Oar kann ich wegschmeißen. Oh, hallo, Mr. Loren. Zwei und auch noch eine heftige. Oh, ich brenne und bin vergiftet. Ah, in der Lily-Seed. Nice. Hier sind nur ein paar Sattel. Die kann man auch alle wegschmeißen, auf jeden Fall. Lol. Okay, interessant. Oh. Oh, kein schwarzes Skelett, ne? Nur eine Blöde Lore und... Warte, ich bin ein schwarzes Skelett. Nice. Hallo, Mr. Schwarzes Skelett. Nicht runterfallen, bitte. Wow, wow, wow. Das war ein zweites schwarzes Skelett. Wow. Ich glaube, ich war von dem Vieh kein Damage kriegt, ey. Das sind sogar mehrere schwarze Skelette. Wie nice ist das denn, bitte. Jawohl, noch ein Kopf. Und noch einer? Ne, schade, nicht noch einer. Zack, zack, zack. Die Loren sind echt nicht mehr schwierig zu bekämpfen. Das geht mega klar. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Weg, weg, weg. Meine Güte. Was ist denn da hinten noch? Ist das ein Zombie-Pigman? Das ist ein Zombie-Pigman, ne? Ja, ein Böser. Instant-Tot. Einfach Instant. Ha. Oh, fuck. Ich glaube, das war keine gute Idee, den zu schlagen. Dritter Rözerkopf. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow. Oh, fuck. Nee, geh weg, du scheiß. Wisp. Alter Schwede. Ha, Drehwisser-Köpfe. Nicht viele Lavofabrikatoren können wir jetzt schon machen. Ich glaube, nicht allzu viele. Wir haben jetzt 20 Lohnstippe. André hat auch nochmal 10 oder so. Spawn it. Spawn it, ihr Lappen. Hallo. Ich laufe, glaube ich, nochmal hier durch. Ich bock drauf. Töte von alles, was geht. Aber an dieser Stelle sage ich erst mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Lasst du die kleine Bewertung, damit es dir gefallen hat. Und schaut doch beim nächsten Video da rein bei Minecraft Agrarian Skies. Ciao, ciao.